So, moin. Heute spielen wir Star Wars Republic Commando. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das Spiel war so genial damals zu seiner Zeit. Ich hoffe, das ist nicht nur eine verklärte Nostalgie im Hinterkopf, im Hinterstübchen, weil ich habe das Spiel wirklich geliebt. Das war mal was anderes im Star Wars Bereich. So ein guter bisschen so, wie nennt man das, also mannschaftsorientiert. Als Kampfeinheit war man unterwegs hier als Klonkrieger. So, wir haben einen schwarzen Bildschirm, das läuft doch. Okay, Maus und Tastatur. Stellen wir mal hier um beim Papa-Checker. Select Profile New. Checker. Komm, wir müssen vorher schon reingehen. Checker. Und Enter. Okay. Checker. So. Optionen, da gucken wir doch gleich erstmal rein. Ja, Controls. Ja. Ist wirklich nicht für Gamepad ausgelegt. Grafik hoch. Oh, hier Auflösung. Ist ja grauenhaft. Äh, dann nehmen wir mal die. Ja. So, Sound. Musik machen wir mal bewusst ein bisschen leiser, damit da nicht so viel von Algorithmus von Google erkennt werden kann. Ist bei Star Wars hier mal ein bisschen kritisch. Ähm. Das Ganze ist natürlich jetzt auf Englisch. Die Auflösung hat er jetzt aber nicht erkannt. Oder habe ich da mich jetzt gerade verstellt? Moment. Hi. Hiest. So. Apply. Achso, Accept. Ja. So. Okay. Done. Und ein New Game. Dann gucken wir doch mal rein. Ja, weil ich jetzt Klon-Baby geboren. Auf Kamino. Die Heimat der Klonkrieger. Und Count Dooku in Auftrag gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja, alles Klone von Jungo Fett. Und somit ist Boa Fett ein Klon von Jungo Fett. Das werde ich mal meinen... Haben sie damals eigentlich nicht gemacht, so den Einstieg? Ja, es wird sogar quasi die ganze Kindheit schnell aufgeholt. Also ein bisschen... Das wäre so ein Spiel, wo ich mir echt noch ein richtiges, richtiges Wii Master wünschen würde. Grafisch kann man es sich auch noch einigermaßen geben. Oder auf jeden Fall noch geben, finde ich. Die Sichtfeld ist natürlich mal durch diese Helme. An sich ist immer stark eingeschränkt gewesen. Da einer, ne ich mich noch. Aber war auch atmosphärisch dadurch. Ja, meine Truppe. Ja, meine Truppe. Oh, das ist das Kulost. Ja, ist auch ein Gunship. Hier rüber. Kriege ich auch, oder was? Ohne, ich kriege ihn extra schon. So wie es ist gehört. Geonosis, ja. Ah, jetzt geht's schon ab hier. Clone Wars. Ja, die geheime Waffe der Republik. Eine gewaltige Klonarmee. Ja, Delta Squad. Genau, das war die Truppe. So heißt sie, Delta Squad. Das Elite-Kommando der Delta Squad. Stunde Neu. Klonkrieg. Geonosis. Da hat sein alles dann seinen Anfang genommen. Und das sieht ein bisschen schlecht aus, mit der Textur her. Ja, das sah so genial damals aus. Sieht jetzt eigentlich auch noch relativ gut aus. Finde ich. Das wäre jetzt mir so gut gealtert. Oh, den hat's erwischt. Ja, die Zeiten sind natürlich echt schön. Okay, we're above the LZ. Hook in. Look out. Wow. I will be providing you with support and tactical information. Den hat's auch erwischt. Tactical information will be displayed on your heads-up display as holographic projections. Oh, das ist mal Lager-Checken hier. Hier sind deine Orders. Your primary target is the Geonosian leader, Sunfak. Delta Lead, it is absolutely vital that Sunfak not escape. Natürlich sehr viel gescriptet. Das haben sie so alles so ein bisschen von Call of Duty-Directs abgeschaut. Your Vitals don't look very good. Geo and yourself with Vector before you go any further. There's a medical station in your vicinity. Pfff. Pfff. Ok. Ok. Wow, what again? Please be in your light also scanning 100%. You're ready to proceed. They're in the threat. Pull back together the gut. Yeah, yeah. Prope the action. Objective uploaded. Get over to the crashed gunship. Updating location to Objective Tracker. The Objective Tracker will point towards your next target. Ok, secure area one crash. Okay. Was ist denn hier alles gecrashed? Ja, Druidikars. Äh, Druiden. Druidikars sind ja diese Rollenmitlinge. Oh, ich geh erst mal. Obwohl das Ding abgestürzt ist. Oh. Oh, hier brennt die Action. Oh, hier brennt die Action. Wo muss ich mal gut einstecken? Ja, los. ich habe mich ich kann ganz schön viel ich kann ganz schön ok wir haben jetzt granaten es läuft auch kompastisch es klug doch kaum Leistung es läuft sehr schön auf dem Steam Deck wer schießt denn hier noch auf mich? wer schießt denn hier noch auf mich? ok das war mit Granaten werfe ich Granaten werfe ich Granaten Q dann muss ich mal gucken hier wie werfe ich Granaten und rolls ah rechte Maus ok ich hab's drauf ich hab's drauf ich hab's so drauf guck mal her C um zu crunchen ja Position kann man immer gebrauchen Checkpoint erreicht ich bin Wuhuuu eat Plasma you stupid droids ja 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 das war dieses Squad-Kommandos das war damals auch cool für ein Star Wars Spiel schau dass das Spiel nie eine Fortsetzung bekommen hat war genial die ne the charge is set and ready to detonate it's all yours boss wu 임 Keep a v工 viele p units Der hat mir ins Gesicht geratzt. Ohne. So. Für ein Angespielt reicht mir das erstmal. Also es läuft Bombe. Macht immer noch Spaß. Star Wars Republic Commando. Würde ich mir auf jeden Fall, wenn man Star Wars Fan ist. Man hat es noch nicht gespielt. Mir mal ein CL holen. Wie gesagt, es läuft hier nur über Gamepad. Ich hätte natürlich mal gucken können, ob es irgendwelche Controller Layouts gibt. Aber ich hatte hier gerade Maus und Tastatur hier liegen. Wir können hier mal reingucken. Könnt ihr nochmal ganz kurz schauen. Community Layouts. Äh... Da gibt es so einige. Layout anwenden. Dann gucken wir doch mal. Würde es laufen? Es läuft. Aber mir ist natürlich sehr empfindlich. Die Steuerung müsste man anpassen. Ja, also... Oh, es würde gehen. Es würde gehen. Über Sticks. Also gönnt euch mal das Spiel. Ich map mich ab unter Deck. Once you get a Deck, you never go back. Ich map mich nochmal ab unter Deck. Bis dennne. Bis dennne. Bis zum nächsten Mal.